Hi und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute schauen wir auf ein paar Redemittel, die du für deine Arbeit bestimmt sehr, sehr gut gebrauchen kannst. Los geht's! Auf der Arbeit sind wir häufig bereit, eine Aufgabe zu machen. Machen ist aber ein sehr schwaches Verb und bereit ist auch zu einfach. Man könnte das zum Beispiel so umformulieren. Freie Kapazitäten für etwas, zum Beispiel eine Aufgabe haben. Ich gebe dir gleich ein Beispiel. Sagen wir, dass du im Bereich Buchhaltung arbeitest und dann sagst du über eine Kollegin, Sandra ist bereit, die komplette Berechnung der Kosten für diesen Auftrag zu machen. Der Satz klingt aber nicht schön, zu einfach. Mit unserer Alternative kannst du das so formulieren. Sandra hat freie Kapazitäten für die komplette Berechnung der Kosten für diesen Auftrag und könnte diese somit übernehmen. Merkst du den Unterschied? Ich kann dir aber auch noch ein Beispiel geben. Sagen wir, dass du einer Kollegin entlasten möchtest, ihr helfen möchtest und sagst, also wenn du gar nicht klarkommst, könnte ich einen Teil deiner Akten machen. Klingt aber zu einfach und machen ist wieder kein schönes Verb. Du kannst also sagen, wenn du gar nicht klarkommst, hätte ich freie Kapazitäten, um einen Teil deiner Akten abzuarbeiten. Oder hätte ich freie Kapazitäten, um einen Teil deiner Akten zu übernehmen. Also du hättest Zeit, du wärst bereit. Genau das bedeutet, freie Kapazitäten haben. Und damit das Video noch nützlicher für dich ist, habe ich eine kostenlose PDF-Datei vorbereitet, in der ich noch viel, viel mehr Redemittel für dich zusammengestellt habe. Diese Datei kannst du sehr gerne über den Link in meiner Videobeschreibung unter der Eingabe deiner E-Mail-Adresse kostenlos herunterladen. Viel Spaß damit! Sehr häufig sind wir auf der Arbeit für etwas zuständig oder verantwortlich. Wie kann man das aber anders noch schöner sagen? Zum Beispiel eine Aufgabe oder ein Projekt übernehmen oder auch einen Auftrag oder so. Genauso kann man eine Nomen-Verb-Verbindung benutzen, die Verantwortung für etwas übernehmen. Oder auch das Verb leiten. Zum Beispiel das Projekt leiten. Heißt genau das, dass du die Verantwortung dafür übernimmst. Ich gebe dir ein Beispiel. Im nächsten Quartal bin ich fürs Projekt des neuen Kunden zuständig. Also du kannst genauso unsere Alternativen benutzen, die ich gerade vorgestellt habe. Im nächsten Quartal übernehme ich das Projekt des neuen Kunden. Oder übernehme ich die Verantwortung für das Projekt des neuen Kunden. Oder aber auch das Verb leiten. Im nächsten Quartal leite ich das Projekt des neuen Kunden. Achte darauf, hier haben wir kein S beim Kunden im Genitiv. N-Deklination. Das Video dazu findest du hier. Oder zum Beispiel fragst du einen Kollegen, bist du für die Präsentation fürs Meeting zuständig? Genauso kannst du unsere Alternativen benutzen. Übernimmst du die Präsentation fürs Meeting? Oder übernimmst du die Verantwortung für die Präsentation fürs Meeting? Klingt sofort ganz anders, oder? Als nächstes schauen wir auf mehr oder weniger Zeit und Möglichkeiten für etwas haben. Die Arbeit wird ja häufig umverteilt und dann haben wir mehr oder weniger Zeit für etwas. Das kann man so umformulieren. Mehr oder weniger Spielraum für etwas haben. Spielraum heißt genau das, mehr Zeit, Möglichkeiten und Kapazitäten haben. Ich gebe dir ein Beispiel über mein Leben und zwar, endlich geht mein Kind in die Kita. Nun habe ich mehr Zeit für die Arbeit und meine persönliche Entwicklung. Ich kann das aber umformulieren und sagen, nun habe ich mehr Spielraum für andere Sachen, wie Arbeit oder meine persönliche Entwicklung. Oder sagen wir, dass eine Kollegin von dir mit dir gewisse Neuigkeiten teilt und sagt, mein Chef hat einen Teil meiner normalen Arbeit einer anderen Kollegen übertragen. Jetzt habe ich mehr Zeit fürs Personal, also meine Rolle als Teamleiterin. Genauso kann ich das umformulieren und sagen, jetzt habe ich mehr Spielraum und Kapazitäten für meine Rolle als Teamleiterin. Merkst du den Unterschied? Das klingt schon ganz anders. Zudem leiten wir auf der Arbeit häufig gewisse Botschaften oder Nachrichten oder Neuigkeiten weiter. Das Verb weiterleiten ist natürlich schon ein schönes Verb, du kannst es aber auch anders sagen. Zum Beispiel jemandem Bescheid geben. Das ist ganz typisch im mündlichen Kontext. Wenn du aber dich im wirklich offiziellen Kontext bewegst oder jemandem schriftlich etwas übermitteln musst, dann kannst du auch sagen, jemanden in Kenntnis setzen. Sagen wir, dass dir ein Kunde eine gewisse Information übermittelt hat und dann sagst du, danke für die Info. Ich habe sie an Frau Hübsch weitergeleitet. Wenn du mit dem Kunden sprichst, ist es auch ganz typisch, wenn du sagst, danke für die Info. Ich habe Frau Hübsch Bescheid gegeben. Wenn du mit diesen Kunden aber vielleicht schreibst, sogar per Brief oder so, kannst du auch schreiben, danke für diese wertvolle Information. Ich habe Frau Hübsch in Kenntnis gesetzt. Merkst du den Unterschied? Ja, also so agieren wir mit dem Wortschatz. Deswegen ist es auch so wichtig, über viele verschiedene Redemittel zu verfügen. Nun nehmen wir zwei Verben, machen und nutzen. Diese Verben verwenden wir insbesondere auf der Arbeit ständig, weil wir immer etwas machen, etwas nutzen, endlich schaffen und so weiter. Wie kannst du also zum Beispiel sagen, dass du etwas endlich gemacht hast? Du hast endlich etwas in die Tat umgesetzt. Oder wenn du etwas nutzt, dann nimmst du etwas in Anspruch. Ein Beispiel, ich würde ihr Angebot gerne nutzen. Umformulieren, ich würde ihr Angebot gerne in Anspruch nehmen. Diese Nomenverbverbindung klingt sofort ganz anders vom Niveau her. Oder du sprichst mit deinem Chef und musst ihm mitteilen, dass du bis jetzt nicht ganz so weit gekommen bist und sagst, bis jetzt konnte ich das, was wir vorhatten, nicht so machen. Das klingt aber zu einfach. Du kannst es ganz anders formulieren und sagen, bis jetzt konnte ich unser Vorhaben in Bezug auf diesen Auftrag leider nicht in die Tat umsetzen. Als letztes nehmen wir heute ein Adjektiv, wichtig, das wirklich auch sehr, sehr häufig im Berufsleben vorkommt. Also wie kannst du wichtig sein anders formulieren? Zum Beispiel von großer Bedeutung sein oder im Vordergrund stehen oder besondere Priorität haben. Ich gebe dir gleich ein Beispiel aus der Unternehmenskultur. Und zwar uns ist die Loyalität unserer Kunden sehr wichtig. Diesen Satz kannst du aber auch anders sagen. Und zwar für uns ist die Loyalität unserer Kunden von großer Bedeutung. Oder für uns steht die Loyalität unserer Kunden immer im Vordergrund. Oder ein anderes Beispiel sagen wir, dass du jetzt auf der Arbeit ein Projekt leitest mit deinem Team und dann sagst du zu deinem Team, es ist sehr wichtig, dass wir die Frist für dieses Projekt einhalten. Genauso kannst du sagen, es ist von großer Bedeutung, dass wir die Frist für dieses Projekt einhalten. So, wir sind schon am Ende dieses Videos. Wenn die Inhalte hilfreich waren, dann kannst du mich sehr gerne mit einem Like oder einem Kommentar unterstützen. Das ist für uns Creator sehr, sehr wichtig. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn du deine kostenlose PDF-Datei herunterlädst und damit lernst. Ich wünsche dir wie immer ganz fair beim weiteren Deutsch lernen und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!